wir sind bei 100 leben 106 also mit der rune bleiben jetzt genauso schnell wie vorher auch jetzt mal hier richtig hart rein rein gründen oder dann machen wir noch mal neustart vom stream stärke beweglichkeit beweglichkeit wie schnell bist du jetzt ja Warum muss ich erst mal am Anfang an dieser Verzögerung dran gewöhnen? Ja. Ich glaube, mit dem gehen wir auch noch so ein bisschen Spaß haben. Die können wir einmal abliefern. Zurück können wir nicht mehr, ne? Ist ja eingestürzt. Ne. Nein! Nehmt mal mit. Aber hey, mit der Rüstung sind es echt nur noch 10, ne? Die uns abgezogen werden. 117 Leben. Maximum. Hier ist der Bossfight. Mist. Mist. Da gibt es mehr. Jahr. Dann sein sollen. Das sind hier in der Sonne. Der Raum gefällt mir. Einfach nur warten, bis die Viecher kommen. Oh, treffen die mich. Okay. 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 So, ich würde sagen, wir liefern einmal aus. Ja, schon. Haben wir schon genug gesammelt hier, ne? Die Runde war schon mal ganz gut. Okay. Letzter Raum in dieser Richtung. Wow. Genau. Ach komm. Okay, wir haben eh nichts mehr auszuliefern, aber wir haben glaube ich noch einen Raum auf der linken Seite. Ab da davon. Ey, weißt du, aber den bringe ich nicht um. Oh nice. Gut, stellen wir uns nochmal in den Endgegner. Kein gutes Gefühl dabei, ne? Oh. Okay. Okay. Das war's für heute. Okay, haben wir ihn. Okay, haben wir's. Auf zur nächsten Ebene. Lass mal safen. Weiß ja nie, was kommt, ne? Er explodiert. Alter, die sind schnell! Au! Au! Und die halten mir aus. Uff. Wie so eine Maschine ist der hochgegangen. Okay. Ich bin schon ein bisschen Futter gebrauchen. Hey. Wir liefern direkt ab. 30 Leben kommen wir nicht mehr rein. Ach so, da ist noch eine Stufe. Ich bin nach seinem ersten Tod wiederbelebt. Uuuuuh. Alter, und she's did it!